Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat viele Herzen erobert. Kürzlich sorgte das Paar erneut für Schlagzeilen, als Florian eine romantische Überraschung für Beatrice plante, die nicht nur sie, sondern auch ihre Fans überwältigte. Florian schrieb ein Lied für Beatrice, das er bei einem besonderen Anlass vortrug, und die Enthüllung dieser Überraschung brachte viele Emotionen mit sich und ließ die Fans noch tiefer in die romantische Beziehung der beiden eintauchen. Alles begann mit der Ankündigung eines besonderen Abends, bei dem Florian und Beatrice gemeinsam auftreten sollten. Die Fans waren gespannt, was sie erwarten würde, da Florian für seine kreativen und herzerwärmenden Ideen bekannt ist. Es wird ein unvergesslicher Abend, versprach Florian in einem Interview und fügte hinzu, es gibt eine Überraschung, die niemand erwartet. Der Abend begann mit einem stimmungsvollen Ambiente in einer wunderschön dekorierten Konzerthalle. Die Bühne war mit Kerzen und Blumen geschmückt, die eine romantische Atmosphäre schufen. Beatrice betrat die Bühne und begann, einige ihrer beliebtesten Lieder zu singen. Die Zuschauer waren begeistert und die Spannung stieg. Nachdem Beatrice ihren letzten Song bändet hatte, betrat Florian die Bühne. Er hielt ein Mikrofon in der Hand und lächelte Beatrice liebevoll an. Liebe Beatrice, dieser Abend ist etwas ganz Besonderes für mich, begann er. Ich habe ein Lied für dich geschrieben, das unsere Liebe und unsere gemeinsame Reise widerspiegelt. Beatrice war sichtlich überrascht und gerührt. Oh Florian, das ist so wunderschön. Ich kann es kaum erwarten, es zu hören, sagte sie mit Tränen in den Augen. Florian setzte sich ans Klavier und begann, die ersten Töne zu spielen. Die Melodie war sanft und berührend, und seine Stimme füllte den Raum mit Emotionen. Der Text des Liedes erzählte von den Höhen und Tiefen ihrer Beziehung, von den schönen Momenten und den Herausforderungen, die sie gemeinsam gemeistert hatten. Beatrice stand neben dem Klavier und hörte aufmerksam zu, während Tränen der Freude über ihr Gesicht liefen. Die Zuschauer waren überwältigt von Florians Darbietung. Das ist das romantischste, was ich je erlebt habe, flüsterte ein Fan. Ein anderer fügte hinzu, Florian hat wirklich ein Talent, seine Gefühle durch Musik auszudrücken. Dieses Lied ist ein Meisterwerk. Als Florian den letzten Ton spielte, brach das Publikum in begeisterten Applaus aus. Beatrice konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und umarmte Florian fest. Das war so wunderschön, Florian. Ich liebe dich, flüsterte sie ihm ins Ohr. Nachdem der Applaus verklungen war, nahm Florian wieder das Mikrofon und wandte sich an das Publikum. Es gibt noch eine weitere Überraschung, sagte er lächelnd. Beatrice, dieses Lied ist nicht nur ein Ausdruck meiner Liebe zu dir, sondern auch ein Teil unseres gemeinsamen Projekts. Wir werden ein Album aufnehmen, das unsere Liebesgeschichte in Musik erzählt. Beatrice war sprachlos. Oh Florian, das ist unglaublich. Ich bin so aufgeregt, rief sie aus. Die Nachricht von dem gemeinsamen Album verbreitete sich schnell. Die Fans waren begeistert von der Idee und drückten ihre Freude und Unterstützung aus. Das wird das schönste Album aller Zeiten, schrieb ein Firma auf Instagram. Ein anderer fügte hinzu, ihre Liebe ist so inspirierend. Ich kann es kaum erwarten, die Lieder zu hören. Die sozialen Medien waren voll von Glückwünschen und liebevollen Botschaften für das Paar. Das Album, das sie planen, wird nicht nur ihre Liebesgeschichte erzählen, sondern auch eine Homage an ihre gemeinsame Reise und ihre tiefe Verbundenheit sein. Jeder Song wird ein Kapitel unserer Geschichte sein, erklärte Florian. Wir möchten unsere Fans daran teilhaben lassen, um ihnen zeigen, wie stark unsere Liebe ist. Beatrice fügte hinzu, dieses Projekt bedeutet uns sehr viel. Es ist ein Zeichen unserer Liebe und unseres Engarguments füreinander. Florian und Beatrice planen nun ihre gemeinsame Zukunft mit noch mehr Freude und Liebe zu gestalten. Wir haben noch viele Träume und Pläne, sagte Beatrice. Und wir werden sie gemeinsam verwirklichen. Florian ergänzte, unsere Liebe ist stark und wir sind bereit für alles, was die Zukunft bringt. Wir sind ein Team und nichts kann uns trennen. Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat wieder einmal gezeigt, wie stark und tief ihre Beziehung ist. Die überraschend Enthüllung des Liedes und die romantische Geste von Florian haben ihre Fans begeistert und die Öffentlichkeit in ihren Bann gezogen. Florian und Beatrice haben bewiesen, dass ihre Liebe unerschütterlich ist und dass sie bereit sind, gemeinsam in eine glückliche Zukunft zu starten. Die Fans können sich darauf freuen, die inspirierende Liebesgeschichte des Paares weiter zu verfolgen und mehr über die besonderen Momente zu erfahren, die ihre Beziehung so einzigartig machen. Mit ihrer Offenheit und ihrem Mut, ihre Liebe öffentlich zu machen, haben Florian und Beatrice erneut gezeigt, dass wahre Liebe jede Prüfung bestehen kann.